Hallo und herzlich willkommen zurück hier aus BFA, heute mal wieder in Drustwar unterwegs und zwar geht es heute um die gestohlene Dornensprecher-Schatzkiste. Ähm ja, einfach zum jeder Hafen fliegen und dann einfach hier den Weg entlang. Wenn ihr dann hier unten seid, ne, seht ihr ja hier einmal, macht ihr einmal hier einmal nach links und dann ist hier unten auch schon am See eine kleine Höhle. Hier ist eine gefangene Dornensprecherin und mit einem Bindungskreis oder so, da klicke ich gleich erst drauf. Aber hier ist die Kiste und ja, 65 Gold for free und aufpolierte Haustier-Clux-Springer. Oh wow, ich habe jetzt schon 500 davon, nice. Läuft, dann wollen wir nochmal nochmal hier draufklicken. Können wir die nicht befreien? Danke, dass ihr mich befreit habt. In welcher Angelegenheit kommt ihr zu Hause? Okay, na, kampf das... What the fuck? What the fuck? Okay, kleines HT hier anscheinend. Ja, läuft auf jeden Fall, wenn ihr die befreit für zwei Minuten HT. Und ja, soviel zu dieser Kiste. Noch eine Kiste brauchen wir und dann haben wir den Shit auch fertig. Die verhexte Truhe sehen wir dann im nächsten Video.